Teamarbeit mit meinem direkten Vorgesetzten, der fährt ungefähr alle zwei Wochen einmal mit mir mit, gibt mir Feedback, Verbesserungsvorschläge und ich muss sagen, ich komme wirklich gut mit ihm zurecht. Mir persönlich ist sehr wichtig, dass das Wort Team dort auch gelebt wird, also dass es nicht nur ein Begriff ist, sondern dass die Leute, die eigentlich aus unterschiedlichen Bereichen ursprünglich kommen, zusammenarbeiten und sich auch als Team fühlen. Ich habe eine andere Position zu Anfang gehabt. Ich habe dann nach zwei Monaten eine andere Stelle bekommen und habe nicht wirklich eine Ahnung von der Arbeit gehabt und da hat man dann wirklich gemerkt, es ist ein Team, es ist die Unterstützung da, sie helfen einem wirklich und wollen, dass wir das gemeinsam schaffen und man muss sich da nicht alleine durchkämpfen. Mir ist wichtig in unserem Team, dass gerade eben bei diesen Regionaltagungen, die wir doch alle zwei Monate veranstalten, dass man eben durch gewisse Workshops, sei es jetzt Verkaufstrainings oder sonst was, dass man da eben auch wieder den Mitarbeiter weiterbringt. Ich kann jeden anrufen, egal ob jetzt im Vorgesetzten selber oder irgendeinen anderen aus meiner Gruppe oder im Innendienst. Es wäre natürlich immer sehr wünschenswert, wenn jeder den Bereich des anderen auch so weit kennen würde, dass er sich die Aufgabe vorstellen kann oder auch die Schwierigkeiten, die der andere hat. Wir haben einmal im Monat eine Abteilungsbesprechung, da wird generell vom gesamten Einkauf eben besprochen, was aktuelle Zahlen, was umgestellt worden ist. Es ist jetzt nicht jede Ansage, die von Brauner kommt, für den Außendienst auch klar. Das heißt, da ist man sehr im Coaching-Bereich, sehr im Mentoring-Bereich und das ist halt das, was interessant macht, das Ganze. Wir haben einen Coaching-Bereich, aber auch in 16. 2000 € oder 3 – 1